Also, jetzt muss ich auch mal etwas sagen. Ich als Fernseher mache mir schon auch meine Gedanken über die Bilder in der Tagesschau und so. Und ich würde ja sofort etwas fürs Klima tun. Aber eben, ich bin halt nur ein Fernseher. Sie könnten mir aber einen Gefallen machen. Schalten Sie mich doch am Abend immer ganz aus. Dann verbrauche ich nicht unnötig Saft während der Nacht. Danke.